Wenn das die Lösung ist, ist es wirklich bahnbrechend. Also mir wird es ja helfen und vielleicht ja auch vielen von euch. Also ich nehme euch mal kurz mit. Ich habe ein Problem mit Mücken und der Sommer hat demnach ein Problem mit mir. Die Natur greift mich einfach an. Die Dinger kommen und die stechen mich und wenn die mich stechen, dann ist es so ein Flatschen. Ich glaube, ich habe eine Lösung und das wäre ziemlich, ziemlich krass. Also hier steht, Stechmücken sind Nasentiere. Die riechen von uns ausgeatmetem Kohlendioxid. Aber sie hassen Eukalyptus. Jetzt ist meine Idee, dass man ja einfach, also zudem mögen die halt Körperschweiß, Körpergeruch und was wir so beim Fettabbau, den wir so nachts halt haben, dann so ein Butter, wie heißt das hier? Buttersäure, Butter und Milchsäure und Ammoniak bildet sich auf der Haut. Tut nichts zur Sache, das mögen die. Also am besten nichts abnehmen im Sommer. Also und jetzt kommt es. Einfach vorm Schlafengehen so eine Eukalyptuskapsel, oder? Das könnte doch die Lösung sein, oder?